Hallo Minimalläufer, hier präsentiere ich euch den Cadence 2 von Brooks. Auch das neue Modell gibt es selbstverständlich wieder in neuen Farbstellungen. Der Cadence ist der stabilste Schuh der Pure Project Familie. Er vereint stabiles Laufen mit der nötigen Dämpfung. Auch ohne Stütze ist der Schuh so stabil, dass er Läufer mit Überpronationen guten Halt bietet. Die Schuhe aus dem Pure Project sind auf das Wesentliche reduziert. Sie bieten fünf innovative Technologien und bestechen durch ihr aufregendes Design. Die abgerundete Ferse verlagert den Fußaufsatz nach vorne und fördert den Lauf über den Mittelfuß. Die umweltfreundliche DNA-Bio-Mogo-Zwischensohle sorgt für ein direktes Laufgefühl und eine dynamische Dämpfung. Das elastische Band im Mittelfußbereich passt sich individuell der Fußform an und bietet einen bequemen und sicheren Halt in der Abrollbewegung. Neu ist die einseitig vernähte Zunge, die ein Verrutschen während des Laufens verhindert. Der speziell anatomisch geformte Leisten bietet eine handschuhartige Passform und ein natürliches Tragegefühl. Ein besonderes Merkmal der Pure Schuhe ist die Auskerbung im Bereich der Großzehe. Sie sorgt für eine erhöhte Flexibilität im Vorfußbereich und eine gute Stabilität in der Abdruckphase. Wenn ihr ein direktes Laufgefühl erleben wollt und das mit einem stabilen Schuh, dann ist der Pure Cadence 2 die perfekte Wahl. Ihr erhaltet das Modell in allen Runnerspoint Filialen oder direkt bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.